Vier Stunden verbringen Jugendliche mittlerweile online. Deshalb ist es uns so wichtig, dass Kinder ganz früh die Faszination von Natur und auch warum unsere Umwelt so schützenswert ist, erfahren. In den Sommerferien gehen wir nach draußen, bei den Themen Wald, Bauernhof oder Bach. Auch in den Mattengesprächen geht es dann um die Themen Pflanzen, Wetter und Co.